Moin Moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Armer und heute geht es um die Kanalvorstellung. Viel Spaß! Jo, Spaß Freunde! Ich bin richtig aufgeregt, weil das ist ein richtig komisches Gefühl, wenn du dich selber hörst und du merkst, dass deine Stimme so schrecklich klingt. Warum ich den Kanal gestartet habe, wer bin ich und was für einen Mehrwert ich euch anbieten werde, würde ich euch in diesen kurzen Kanalvorstellungen einmal kurz präsentieren. In den Zeiten von Corona wird man entweder Depri oder inspiriert. Ich habe zwar die zwei Phasen tatsächlich durchleben können. In den ersten fünf, sechs Tagen. Ich war richtig im Keller. Also, ich weiß nicht, die Laune, die Stimmung, körperlich, mental, alles war wirklich im Eimer. Ja, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich unbedingt irgendwas machen muss. Und sonst, ja, kollabiere ich voll und kannst. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du bist in Deutschland. Du bist aber Araber, du kannst Arabisch und du kannst auch ziemlich gut Deutsch. Also, warum nicht ein Podcast, der auf Deutsch und auf Arabisch ist? Sprich, es wird immer eine Folge auf Arabisch, eine Folge auf Deutsch. Und das Ganze nicht nur alleine moderiere ich, das Ganze, sondern es wird immer ein Interviewpartner geben. Es gibt natürlich Tage, wo man keinen Interviewpartner findet oder sonst was. Dann bleibe ich alleine. Aber dieser Rhythmus wird immer so beibehalten, sodass man wirklich eine Folge auf Arabisch, eine Folge auf Deutsch anbietet. Und das liegt mir am Herzen. Und ich entwickle langsam wirklich richtig viel Spaß dran. Ich finde das richtig cool. Und ich hoffe, dass es bei euch aber vor allen Dingen auch cool ankommt. Und das ist tatsächlich der Mehrwert dahinter. Gerade für Menschen, die sich für beide Sprachen interessieren, dann fänden sie bei mir in dem Podcast eine richtig cooles Plattform und cooles Content, weil es wird immer neue Themen kommen. Und das wird immer nur von den jeweiligen Gästen abhängig sein und nicht von mir bestimmt. Es gibt immer nur zwei, drei Fragen, die ich in jeder Folge stelle, egal auf Arabisch oder auf Deutsch. Aber alles andere wird immer nach den Interessen quasi von den Gästen gestaltet. Kurz zu mir, ich bin der Amer. Ich wohne in Deutschland oder ich lebe in Deutschland seit sechs Jahren. Ich habe ziemlich schnell die Sprache gelernt, beziehungsweise mit ganz vielen Hindernissen und Hürden. Aber irgendwie aber auch ganz schnell konnte ich auch einen Fuß in der Arbeitswelt auch fassen, was mir ermöglicht hat, so viele Kontakte zu knüpfen, sowohl mit Deutschsprachigen als auch mit Arabischsprachigen. Und deswegen würde ich dann diese Menschen, die ich kenne und mein Netzwerk komplett dafür mobilisieren, dass sie hier bei euch in dem Podcast auftreten und über deren Erfahrungen, über deren Vorlieben, über deren Interessen und über deren Berufungen, über deren Vorhabens etc. sprechen. Die Folgenrhythmus sind für mich noch nicht so ganz klar. Kann sein, dass wir zwei Folgen in der Woche raushauen. Kann aber auch sein, dass es nur eine Folge wird. Wir müssen einfach schauen, wie es bei euch ankommt. Ich muss auch schauen, wie es für mich auch machbar ist. Ich muss einfach schauen, wie es sich alles entwickelt und wie es sich alles so richten lässt. Von daher, seid gespannt. Ich bin auch richtig gespannt. Und ich hoffe wirklich, dass ich diese Herausforderung gewachsen bin. und es meistern werde, weil ich habe richtig Bock drauf. Ich bin der Amer. Macht's gut, Freunde. Und wir sehen uns. Team Sase, wir hören uns demnächst. Peace. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Ken ma kun Amir. Wie? Arabi-Almani. Ist dann nun abel Hallertel Jai. Bis bald. Die Pferde. Wahl. んだ. Super. Beidesz Pferd. WeitniPA. Das war's schon wieder. Aus. getrétter Mit ihr habt emotioniert. Có jeden znalehrer das? Liu? Beigeleibe.